Unglaublich, mit Christoph Amis auf der Grand Prix Strecke. Diese Arbeit und Zwischengasse. Jetzt will er mir zeigen, dass ich eben scheiße gefahren bin. Kein Problem. Unglaublich, was der drauf hat. Eben hat er mir gesagt, er würde langsam fahren. Also Leute, leiten mir euer Auto. Danke. Zweiter Gang. Jetzt überfährt er schon das Auto. Die Reifen machen nicht mehr mit. Jetzt schon den Curb mitnehmen. Er hat es drauf. Er leckt mich am Arsch. Oh, Autoüberfahren. Der Typ ist der Wahnsinn.